Tötend. Tötend ist das Partizip Präsenz zu töten. Jemandem das physische Leben zu nehmen, heißt töten. Und es gibt tötendes Gift, es gibt tötende Waffen und es gibt auch tötende Gewohnheiten. Man könnte auch sagen tödlich, aber tödlich heißt so etwas Ähnliches wie tötend. Du kannst selbst überlegen, hast du Gewohnheiten, die so ungesund sind, dass sie eventuell tötend sein können? Es gibt Menschen, die haben sehr gefährliche Hobbys. Es gibt Menschen, die haben Essgewohnheiten, die sehr ungesund sind. Es gibt Menschen, die treiben Raubbau an ihrem Körper. Patanjali sagt, He-yam-du-kam-anagatam. Noch nicht manifestiertes Leid sollte vermieden werden. In diesem Sinn, überprüfe selbst. Hast du Gewohnheiten, die eventuell tödlich sein können, die tötend wirken können für dich? Dann wäre es Zeit, diese umzustellen. Wkröten. Vielen Dank.